Herzlich Willkommen, angenehmen Abend. Es ist die nächste Departez-Fuch. Ich kann nicht stolz sein auf das, was wir geboten haben. Das waren für Ansprüche von Austria einfach zu wenig. Ich werde sicherlich eine oder andere radikale Entscheidung treffen. Das geht mir auf die Nase. Bevor mein Kopf fliegt, werden drei, vier Fliegen. Ganz radikal. Von eins bis den letzten. Jeder kann erwarten, dass er nicht dabei ist. Es ist mir egal, wer. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Fliegen die Kopf. Was soll ich reden? Wir reden so viel. Wir sind Profis. Wir sind gut bezahlt. Wer keine Arbeit bringt. Ich bin schon satt von Ausreden. So lauwarm zu reden. Ja, ist gut. Wir haben uns gut präsentiert. Wir haben mehr Chancen gehabt als Gegner. Das zählt nicht. Ja, wir haben Meistertitel gewonnen. Das ist die Vergangenheit. Das zählt nicht mehr. Das interessiert keinen Menschen. Also ich hätte als Trainer schon vorher reagieren müssen. Bei meinem oder anderem. Habe ich nicht. Weil ich bin auch ausgeblendet mit Meistertiteln. Was sie verdient haben. Und Champions Liga erreichen. Aber nicht mehr. Was soll ich noch? Weiss ich nicht. Was soll ich noch jetzt? Bier nach dem Spiel aufteilen zum Spieler. Dir ist das nicht genug? Mir ist genug. Also mir ist genug. Verstehst du? Mir ist genug. Das ist genug. Pfff.